Hallo. Jo, okay. Moin. Oh, jetzt ist der Schlüssel. Wo seid ihr hin eigentlich? Hallo. Ey! Oh, die hat sich kurz erschrocken. Nein, schluss. Ey! Ich wollte nur lesen, was habt ihr gemacht? Oh, achso, die Leiche ist weg, ne? Halt den Maul. Echt jetzt? Ja. Was ist das? Boah, ich wette, diese Figur bewegt sich irgendwann nochmal. Ich hab hier mal legit verloren, ne? Ich bin hier oben immer alleine. Und die wird ein bisschen gruseliger als die davor, muss ich sagen. Ja, die ist fucking groß einfach, Jesus. Die fangt noch runter, ne? Also unten sieht es sehr gut aus. Dann da runter. Aber ich trau mich nicht. Oh, liest du mir falsch abgebogen. Perfekt. Achso, ich dachte ganz. Oh, hier kommt auch... ...kommische Töne. Hebel getreten. Ey! Ich seh nix mehr. Mein Taschner ist aus. Ich bin nämlich schon tot. Alle? Alle noch am Leben? Der, der Zombie ist weg. Oh, ich bin einfach durch den Boden gefallen. Uiuiui. Gut. Da sind aber ein Loch im Boden. Oh, da ist die Frau, da ist die Frau. Strahl, schau, schau. Dann musst du mit schwanken. Strahl, weg. Ich weiß ja nicht, dass ich eigentlich hab. Ja, wo? Verraten bei mir hier oben. Wo bist du? Ah, die Frau ist bei mir. Ich hörs, ich hörs. Hast du Essen in der Hand? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Die geht denn, die kennt halt. Die kennt halt von Olli. Sie weg jetzt, die Altscham? Weiß ich nicht, ich hab die Tür zugebracht. Mann, diese ganzen Rollschule. Was ist jetzt hier? Das ist unser Symbol, musst du eh drücken. Oh scheiße, sie kommt. Ah, sorry, wusste ich doch nicht. Alles cool, alles gut. Ich hab sie grad rennen gehört, links irgendwie. Ich will da nicht hoch. Yes. Ich weiss wo essen, das ist im Mittelraum unten. Jetzt rennt die da weg. Wenn der mich kurz kapert, dann... Hier ist in der Leer, hier ist in der Leer, hier ist in der Leer. Jetzt direkt der Rückzug. Sie ist irgendwo über uns. Okay, warte, ich will schnell essen. Ich hab Essen. Die Rattes nach links abgehauen. Aber ich würde jetzt hier noch eine Rattes kümmern. Was? You're ugly, you're disgusting. I'm gonna kill you. Give me 200$. Sie ist kapiert, zwei, 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 zwei. Ich kriege Scheiße, wo gehe ich hin, wo gehe ich hin. Run. Oh, sie sind dann wieder. Sie sind tot. Sie sind tot. Sie sind tot. Ah, sie sind tot. Sie sind tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. integriert. Du hättest es zubigkommen können. Hem, hem. Hey, hey, hey. Ich habe das liegt am Randkarten. Ja. Oh, ich bin damit. Ich bin mir weggegelt. Nein, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Shit. Oh Gott. Wo war die denn? Oh Junge, was war das denn für ein Jumpscare? Ich will nicht noch mal sterben. Komm runter, du runter. Jungs, bin ich jetzt ganz alleine hier oben? Ja. Komm, komm, dann wird es ein bisschen spannender hier. Mit Radflug. F***er. Ich bin so tot, Junge. Okay, das war ein Glascher. Sie ist bei mir. Jetzt war's schrecken. Die Rolli, die Rolli, die sind nicht allein! Oh, das Fenster, Alter. Oh Junge, dieser Rolli hat mich so erschrecken. Wo ist das Lagerfeuer, Junge? Ne, das ist falsch. Das ist hier runter. Ne, 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 ne. Mein Herz popft gerade so. Doch, nicht auf ihn, na! Die kommt, die kommt, die kommt, die kommt runter. Sollt ihr mich auch hochhellen, oder? Ja, nicht so gut gerade. Komm! Ich bin jetzt da oben, Junge. Scheiß mal drauf. Sie ist da oben, ne? Bei Oli jetzt. Wo da war sie gerade, hab ich sie gerade gestandt. Oh ja. Es war an dieser Moment, dass er wusste. Er f***ed up. Ja! Ja! Wenn sie fragen Sie, wie Sie sind, dann sagen Sie, Sie sind okay. Wenn Sie nicht wirklich okay sind. Wenn Sie nicht wirklich okay sind. Und Sie können einfach nicht in das, denn sie würden nicht... Ja! Oh mein Gott! Ah, okay! Ist das das? Ja! Ja! Go kill yourself. Nobody likes you. Everybody hates you. You would do better off dead. Just go kill yourself. Oh was? Ich sehe nur wie sie haben mir vorbei geschleifert. Diggaaa. Oh ja, sie sind da jetzt. Oh, was ist mein gut. POAH! So danke, sie hat mich. Das war auch Medicin. Da bin ich umgang bei Medicin. Oh, die war so schnell. Emotional damage! Oh, Scheiße! Sie ist da gegen mir, Alter. WTF, sie ist genau neben mir. Jetzt kommt sie, sie kommt! Oh, ich hab noch Medica gefunden. Gestunnt, ich geh hoch, ich geh hoch! Ich geh, keine Ahnung, wo hinten runter. Wer ist denn der Ganzen? Hä? Ah, nein! Ey, Ugo, was reinziviert ihr hier, Mann? Oh, ja. Oh, ja. Ich kam aber schon. Hier hinten im Raum war einer. Glaub ich, hier. Warte, mach mal auf. Kannst du das öffnen, Olli? Da ist ne Ratte, hier ist ne Ratte, hier ist ne Ratte. Nein, wir kommen gleich. Oh, oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab gar nichts gemacht! Gar nichts! Schlech, schlech, schlech! Hast du die Ratte, hast du die Ratte! Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Ich hab sie, ich hab sie. Hih, ja, ja. P-Galallo ist das auch reinziviert. Ist drauf, ist drauf. Yes! Geil, aber nur nicht mit einem Olli-Ammen, wenn du das noch einmal überleben wirst. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Wo vielleicht gut ist er, dass er nicht aufgeschlafen hat, weil die Ratten dann eingesperrt werden, sonst sind wir nicht rausgenommen. Aber geil, das war's nämlich nur einmal erwischt. Ich schiebe Oli 8 mal krank. Alter, ich kenne die Fußballspitzenritte. Okay. It ends here. Ja, let's go. Ich kenne nicht nur Knaller, sondern sogar im Devon. Mein Herz pofft gerade so.